Ich war glaub mitten in der Sequenz geblieben stehen gewesen, ne? Mal sehen, wo er mich rausschmeißt. Ich denke mal, dass das immer so bestimmte Abschnitte dann abspeichert. Ja, das meine ich. Ich weiß gar nicht, wo ich da... Das kennen wir schon. Wir waren nämlich bei dem anderen. Deswegen, ich weiß ja nicht, wo ich stoppen kann. Ja toll, jetzt habe ich alle Dialoge übersprungen. Wartet mal. Vielleicht bekommen wir diese Dialoge trotzdem nochmal. Ich weiß ja nicht... Ich wollte ja nicht alles überspringen. Ich wollte ja nur das eine überspringen. Da war nämlich noch die Gruppe C. Die wollte ich mir nur angucken. Und jetzt muss ich mir die ganze Scheiße anschauen. Nur weil ich... Ich hoffe, der hat nicht gespeichert. Was euer gives ellasrsinnert. Der hat doch ne? Und ich weiß nicht, ob ich da verschạst. Unruheizig. Hoim, du was.. Ja, dann wissen wir nicht, was da passiert ist in dieser Szene. Tolle Scheiße. Danke, Spiel, dass du so Scheiße gerade Checkpoints verteilst. Dann ist es halt so. Dann ist es halt so. Ganz ehrlich. Oh, das regt mich gerade auf. Ich weiß nicht, ob ich es nachreiche dann. Unser zweiter Gegner sind die Niederlande in aller Welt, für ihr herausragendes Angriffsspiel berühmt sind. Ihre zwei torgefährlichsten Spieler sind der kühle Mittelfeldstratege Rensenbrink und der imposante Stürmer Kaiser. Bedient werden die beiden meist von Kulissemann aus dem Mittelfeld. Er und ihr Verteidiger Dirk sind ebenfalls richtig torgefährlich. Habe ihr absoluter Star ist der Stürmer Brian Kluibord. Ich würde sagen, er ist ebenso schussgewaltig wie Schneider. Und er ist bekanntlich einer der wenigen, die sogar Wakabayashi überwinden können. Wenn ihr diese Offensive in Schach halten könnt, habt ihr eine der besten Abwehrreihen der Welt. Habt Vertrauen in euch selbst und alles wird gut. Ich richte trotzdem auf, dass ich jetzt... Ich weiß ja nicht, wie viel da jetzt noch kam, wie viel man noch gesehen hat von diesem Scheiß-Turnier. Das richtet mich gerade richtig auf. Na verdammt, dann gehen wir in die nächste Partie. Und dann gehen wir in die Partie. Und dann gehen wir in die Partie. Und dann gehen wir in die Partie. Das war's. Ich hoffe, dass es so sein. Wenn ich mich sehr gut für mich, in Bräzile zu kämpfen, dann werde ich jetzt auch mit derlei Geist mit dem Miesgi-Kunnen. Ich hoffe, dass es auch mit der Zubasa-Kunnen. Wenn ich heute noch einen Moment für einen Geist zu geben, dann würde ich mich mit meinem Geist zu bewegen. Ich habe es versucht, zu versuchen. Aber, Misugi, du kannst du heute in der Mitte des Spiels auswählen. Du kannst du gut vorbereiten. Du kannst du auch mit deinem Wunschwenzialen, aber du kannst du auch mit dem Motivation. Das war's für mich. Die anderen Spiele sind ja eh egal, ne? Sorry, falls da jetzt wirklich Szene fehlen. Ich gucke da auf YouTube, ob ich da was finde. Auch auf Deutsch. Hört gerade so? Oh! 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 Herrgott, ich habe keinen Angst. Ich werde die Champions League auf auf der Welt schützen. Schmerzen Sie? Die haben die Italien gewonnen, aber... Aber auch nicht die die Champions League auf der Welt. Wenn wir das immer mit dem Weg zu tun, dann werden wir es immer mit dem Weg zu gewinnen. Aber ich finde es cool, jetzt schalte ich nämlich jedes Land frei, gegen das ich spiele. Ja, das ist das. Es ist das, dass Krisman zu spüren. Es ist nicht so spüren. Ich habe es nur zu spüren. Wenn ich mich zu erzählen, Krisman hat, wann ich so schlecht geworden bin? Lernse, was ich? Wenn ich mich überraschend bin, wird es nicht anders. Das war's für mich. Ich werde es schnell schlafen. Ja. Mein Ziel ist es, dass ich das erste Mal im Spiel. Genau. Ich weiß, dass ich das erste Mal in der Welt. Wenn ich so weiß, dann... Na, Käpt'n! Ich bitte Sie! Ja. Ich werde auch noch 1 oder 2. Ich werde auch immer noch 1 oder 2. Ich werde immer noch 1. Ich werde immer noch 1. Ich werde immer noch 1. Aber der Begriff ist ein Paul. Alle, gehen wir geht's! Vielen Dank! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 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 2018 Untertitelung des ZDF, 2017 Ja komm, machen wir. Die Superschüsse. Neo Tiger Schuss. Die Schussanzeige füllt sich schneller, wenn eine V-Zone aktiviert ist. Versuche oft Superschuss-Aktionen zu aktivieren. Auf Wiedersehen. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.